Ich freue mich, dass wir als Sport Total Family gemeinsam was Gutes tun können. Ich will meinen Teil dazu auch beitragen. Ich habe hier einmal das unterschriebene Trick aus dem Türkei-Spiel und ein paar getragene Fußballschuhe. Die werde ich natürlich auch noch unterschreiben. Ich hoffe, wir kriegen ein bisschen was zusammen, können gemeinsam helfen und was Gutes tun.